Lebrinitz ist eine politische Gemeinde im Distrikt Lelokil des Kantons Neunburg in der Schweiz. Geografie Lebrinitz liegt auf 849 Meter Ü. M., 10 Kilometer west-südwestlich der Stadt La Chaux-de-Fonds. Das Dorf erstreckt sich an einem nach Westen abfallenden Hang im Neunburger Jura, rund 100 Metern über dem vom Dubs gebildeten LAC des Brennitz. Die Fläche des 11,5 Quadratkilometer großen Gemeindegebiets umfasst den westlichen Teil des Höhenrückens Pugliel im Hochjura. Dieser Höhenzug senkt sich, gegliedert durch mehrere kleine Täler, nach Westen allmählich ins Dubsstall ab, während er nach Norden sehr steil mit markanten Felswänden zum hier canyonartig eingeschnittenen Dubs abfällt. Die nordwestliche und nördliche Grenze bildet der Dubs zuerst im LAC des Brennitz, dann mit dem Wasserfall Saute-Dubs und schließlich im gestauten LAC des Moron. Die südwestliche Grenze folgt dem Lauf der Rangkorniere, die das Hochtal von Lelokel entwässert und bei der Mündung in den LAC des Brennitz ein Sumpfgebiet bildet. Im Süden liegt die Grenze teilweise im Talkombe dem Montabarn. Der höchste Punkt von Lelokel wird mit 1,257 Meter Ü. M. auf dem Höhenrücken des Pugliel erreicht. Hier befinden sich ausgedehnte Jura-Hochweiden mit den typischen mächtigen Fichten, die entweder einzeln oder in Gruppen stehen. Von der Gemeindefläche entfielen 1997 5% auf Siedlungen, 49% auf Wald und Gehölze, 42% auf Landwirtschaft und rund 4% war unproduktives Land. Zu Lé-Brennitz gehören die Ortsteile Burdes U, 788 Meter Ü. M. unterhalb des Dorfes, Lé-Schädlert oberhalb des Ortskerns sowie weit verstreut über die Jura-Höhen zahlreiche Einzelhöfe. Nachbargemeinden von Lé-Brennitz sind Lé-Lokel und Lé-Plachettes im Kanton Neuenburg sowie Villas-Lé-Lacé im angrenzenden Frankreich. Bevölkerung Mit 1.062 Einwohnern gehört Lé-Brennitz zu den mittelgroßen Gemeinden des Kantons Neuenburg. Von den Bewohnern sind 95,0% französischsprachig, 2,0% deutschsprachig und 1,6% italienischsprachig. Die Bevölkerungszahl von Lé-Brennitz nahm von 1750 bis 1860 zu, seither ist eine kontinuierliche Abnahme zu verzeichnen. Wirtschaft Lé-Brennitz war bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein durch die Landwirtschaft geprägtes Dorf. Ende des 18. Jahrhunderts begann die Industrialisierung mit der Einführung der Uhrmacherei, der Spitzenklöppelei und der Strumpf-Fabrikation. Die zuerst in Heimarbeit ab etwa 1830 in Werkstätten und Ateliers verrichtet wurde. Noch heute haben die Uhrenherstellung und einige Betriebe der Elektronik und Feinmechanik große Bedeutung. Auch die Landwirtschaft, hauptsächlich Viehzucht, Milchwirtschaft und Forstwirtschaft beschäftigt zahlreiche erwerbstätige Verkehr. Die Gemeinde ist von der Schweiz über den COL des Roches zu erreichen. Die Fortsetzung der Straße führt über die Landesgrenze nach Villers-les-Lac. Früher lag Lé-Brennitz an der verhältnismäßig wichtigen Verbindungsstraße von La Chaux-Défense und Les Locals nach Motto im französischen Jura, was der Bevölkerung zusätzliche Einnahmen brachte. Erst mit der Eröffnung des Tunnels am Felspass COL des Roches im Jahre 1847 wurde eine direkte Verbindung von Les Locals nach Villers-les-Lac geschaffen. Am 1. September 1890 wurde von der Schimm-RDFER Regional des Brennitz die meterspurige Bahnstrecke nach Lé-Local eingeweiht. Die isolierte Bahnlinie wird seit 1999 von Transports Publix Neuchertel überbetrieben. Am 10. September 2013 wurde ein Verein gegründet. Sein Ziel ist, diese Schmalspurbahn zu entwickeln. Tourismus Lé-Brennitz ist ein beliebtes Ausflugsziel dank seiner schönen Lage, dem LAC des Brennitz auf dem Wassersport betrieben werden kann. Und dem am Dubs unterhalb des Sees liegenden 27 Meter hohen Wasserfall-Saut-Dubs. Zwischen See und Wasserfall gibt es eine sehr schöne Schlucht mit Felswänden rechts und links, Lé-Bas-Sengst-Dubs mit ruhigem Wasser. Im Frühling, Sommer und Herbst kann man durch diese Schlucht mit dem Schiff fahren. Im Winter kann man da Schlittschuh laufen. Diese Sportart in einer wunderbaren Umgebung ist 2012 zur immateriellen Tradition gewählt worden. Das Dorf besitzt Übernachtungsmöglichkeiten und einen Campingplatz. Geschichte Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes datiert auf das Jahr 1325 unter dem Namen Schieds-Lé-Brun-Jé. Der auf den Geschlechtsnamen Brune oder Brennitz zurückzuführen ist, die Besiedlung des Ortes erfolgte größtenteils von Frankreich her. Anfänglich gehörte Lé-Brennitz zum Priorat Mortaux. Im 15. Jahrhundert erhoben die Herren von Valanguin Anspruch auf die Ortschaft. Sie veranlassten den Bau einer Pfarrkirche, die 1520 von der Diözese Besankon zur Diözese Lausanne wechselte. Mit der Einführung der Reformation 1534 kam Lé-Brennitz endgültig an die Herrschaft Valanguin, die seit 1592 durchgehend der Grafschaft Neuenburg unterstand. Seit 1648 war Neuenburg Fürstentum und ab 1707 durch Personalunion mit dem Königreich Preußen verbunden. 1806 wurde das Gebiet an Napoleon I. Abgetreten und kam 1815 im Zuge des Wiener Kongresses an die schweizerische Eidgenossenschaft, wobei die Könige von Preußen bis zum Neuenburger Handel 1857 auch Fürsten von Neuenburg blieben. Da Lé-Brennitz stets enge Beziehungen zu Les Locals und La Chaux-Défense unterhielt, machte es eine ähnliche industrielle Entwicklung durch wie diese beiden Städte. Im Jahr 1848 wurden zahlreiche Häuser durch einen Dorfbrand zerstört. Der Wiederaufbau der Ortskerns erfolgte im Schachbrittmuster. Sehenswürdigkeiten Die heutige Kirche von Lé-Brennitz wurde vom Schweizer Architekten Louis Daniel Perrier erbaut und 1859 eingeweiht. In der 1511 erbauten ehemaligen Kirche ist heute die Gemeindeverwaltung untergebracht. Von der Tour Jürgensen, einem 1874 im neugotischen Stil errichteten Gebäude, bietet sich eine schöne Aussicht auf das Dorf und das Dupstall mit dem LHC des Brennitz Bilder. Punkt, Punkt, Punkt Persönlichkeiten Monique Lederach rot 2 2 3 3 Genau 6 9